Drogen? Oma Wutz, was machst du denn? Also, ich nehme Drogen zu mir. Ja, bitte, probier mal. Wie geht das richtig? Ja, also, wie schmeckt diese Drogen? Das ist gutes Zeug. Das ist das. Das ist das Zeug. Also, wenn du mit seinem Opa Wutz zusammenlebst, du wusstest sowas wie nichts. Oh, das ist hekelhaft, hekelhaft Beckern. Also, hier hast du ein Glas Wasser und trink das nicht. Aber ich trink dein Wasser. Ich trink nur Wodka. Also, Wodka ist nicht gut, wenn du so ein Stiegelbierchen. Also, ja. Aber ich mag das nicht. Oh, schau alle, deine Blume. Wer will denn dein Blumeglas? Ich trink euch dann alle. Hey, ja. Und du da, und du da, und du da, und du. Ich krieg dich gleich, du kleiner Schwetterling. Du kommst auch in dein Blumenglas. Lach. Hallo, ich bin... Was lachst du denn, George? Hör mir jetzt zu. Was lachst du? Ich bin cool und ich... Du lachst nicht gut. Ich bin cool. Ich will drogen. Ich will drogen. Lachst du eine Blume an? Schau in dein Blumenglas. Nein. Nein, nicht hier, bitte. Und das trink dich weh. Das doch nicht. Gib das in dein nicht. Aber meines nicht. Ich mag meine Drogen essen und drogen. Wah, das stinkt nach deiner Mutter. Ich baue dir jetzt ein paar Drogen wieder an. Hey, was machst du denn jetzt? Moin! Ja, ich kriege mir meine Drogen. Du hast ja Drogenwasser zusammengestellt. Das ist aber gut. Aber das ist meines. Meines! Hast du... Gib mir mal her. Oh, da geht's mir gut. Ich will dir was kosten davon. Was ist denn da drinnen? Das ist doch nicht wichtig. Aber ich will das jetzt. Ja, also... Das ist meines. Meines, meines, meines. Kannst du mir da in die Kübel was zusammenstellen? Ja, ja, mache ich. Und dann, Schatz, da habe ich meine ganze Drogensammlung. Also... Ja, das ist so und alles meine Spezialgeräte. Haha, da haben wir ein bisschen Gas. Ja, dann... Das ist was Feines. Da nehmt sie. Ja, riecht sie mal. Schatz, ja. Ja, das ist was Gutes. Da geht's ja gut. Da riecht sie mal. Oh, das schmeckt da. Wow, drinnen, drinnen. Wow. Oh, das ist eine spezielle Lieferung aus Kolumbien. Und da haben wir auch ganz was Feines. Ah, drinnen! Ich muss ganz alles essen! Ja, schau, da geht's mir gut. Ja, und jetzt, Schatz, was haben wir da... Oh, wer ist denn das? Oh, hallo, habt ihr schon drinnen? Ja, ja. Ja, du kriegst keine, weil du raus mit mir alles weg. Also, ich muss mich drinnen. Oh, mit der Ulle Wutz! Geh mal! Geh mal das! Wow, das stinkt doch dir! Aber das ist mein Trugendwasser! Oh, hallo! Also, gut gemacht! Ich muss das jetzt sagen, sonst bringt mich deine Eltern. Also, gut gemacht! Ah, klar! Das ist meines! Nur meines! Schatz, will man es nicht! Ja, also, ich finde, du hast das sehr gut gemacht. Oh, ich suche jetzt ein neues. Hier, Scheiße! Scheiße! Gib mir Scheiße! Hier, schau, die gab's Scheiße! Oh, das ist ja erst den Scheiß, können wir das nicht verwenden! Ja, das ist gut! Oh, das riecht nach dir, Opa Mutz! Riechst du das auch, Peppa? Was? Das sind gegen Drogen! Schau, das riecht voll nach dir! Ja, das bin ich eigentlich! Ja, das ist gut! Ja, jetzt, komm, schauen wir mal dorthin jetzt! Hier habe ich das gefunden! Das schaut aus wie du, Opa! Läwe! Opa! Wow! Ist das gut! Das ist gut! Ja! Du hast neue... Komm, spring! Ja! Nein! 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 Nein!